ich grüße euch ich möchte heute fortfahren mit dem tutorial über dächer dachflächen wir haben ja das letzte mal einzeltag besprochen ich möchte jetzt mit multidach beginnen ich habe jetzt die möglichkeit hier wenn ich auf multidach fahre die konstruktionsmethode polygon also ein freies polygon im grundriss zu zeichnen der macht man die automatische dachausmittlung oder wie es hier im grundriss vermutlich sein wird einfach die zwei gegenüberliegenden ecken zu zeichnen und dann bekomme ich entweder ein gewaltes oder ein sattel dach ich nehme mal sattel dach wenn ich hier drüber fahre sieht man die ausrichtung ändert sich das heißt wenn ich jetzt so ein sattel dach haben will müsste ich einfach nach hier fahren dann das ding markieren und hier die dachaufsitz linie einfach hier rausnehmen wenn ich jetzt noch mal mache und die ausrichtung würde ich gerne so haben wie gesagt daneben diese richtung so im schnitt passiert folgendes das dach wird dann einfach wie es in der dach grundeinstellung ist reingesetzt wenn ich mir dach einstellung jetzt ansehen sieht man es wird auf die höhe von 2,7 mit der dachaufsitz linie gesetzt die dachaufsitz linie ist mehr oder weniger ist nicht die kante des der wand sondern auf der unterseite des daches eine linie gleicher höhe wo das sitzt von daraus wird das dach aufgebaut so könnte man es am besten ausdrücken ich kann hier die gerade verstellen wie auch immer das wird dann alles neu gemacht jetzt mache ich folgendes ich gehe noch mal in den grundriss ich nehme wand sagt steuerung hat das t ich schmeiße mir die verknüpfung der wand mit den zweiten sind mit dem dachgeschoss raus und sage mal nicht verknüpft und dafür mache ich die wand zehn meter hoch im 3d schaut das dann so aus klarerweise und jetzt kann ich die wände und das dach markieren rechte maustaste verbinden elemente mit dachschale trimmen und schon wird das dach oder die wände geschnitten ich habe jetzt die materialität des daches nicht richtig eingestellt das kommt später was ich dann gerne noch mache ist ich stelle das material des daches zur kontrolle auf gerne auf glas damit ich reinschauen kann das habe ich im letzten mal schon gesagt glas normal glas dann sehe ich nämlich ob es sich mit den türen und so weiter ausgeht angenommen ich kann jetzt das dach als ganzes man sieht es auch hier die dachaufsitzlinie auf der unterseite des daches dass die nicht auf der oberkante ist dass der wand sitzen muss ich kann das natürlich jetzt weiter runter setzen wenn ich jetzt einen kniestock habe der viel tiefer runter geht dann sieht man unter umständen dann schon ganz gut es könnte sein dass ich ein problem dieser türe hier bekomme ich lege mal den schnitt nach hinten hier hin das heißt solche dinge erkenne ich eigentlich dann ganz gut wenn ich die türe öffne bekomme ich hierher oben schon unter umständen gemacht habe ich hier unter umständen schon ein problem könnte ich auch durchaus mit einer morph linie zeigen nur zum zeigen mit einer morph fläche so ich gehe wieder ins 3d jetzt habe ich hier eben seine türe herinnen und wenn ich das dach jetzt noch etwas tiefer runter geben würde aus welchen gründen auch immer sieht man hier schon wo das geht nicht hier habe ich ein problem so zurück 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 offensichtlich ist das glas vom material her so eingestellt dass es durch das dach durchgeht das glas hat also eine niedrigere verschneidungszahl als die materialien der wand ich bin jetzt wird wieder weit darauf ok das war zu viel ok es ist wieder besser ich springe jetzt bevor ich jetzt die materialität näher betrachte möchte ich noch einige grundfunktionen des dachs zeigen ich gehe mal hier hin und sage ich will jetzt ich will jetzt wieder 35 grad und jetzt möchte ich folgendes das mache ich zu das auf ich möchte jetzt nicht eine durchgehende ebene haben sondern ich nehme noch eine weitere ebene auf und ab einer höhe von zwei metern soll er das dach anders behandeln mal ok das heißt hier habe ich einen freien giebel und ab einer höhe von zwei metern also zwei meter höhe setzt er mir sozusagen eine neue dachaufsitz linie hin und walten das ding ab das heißt so kann ich grüppelwahl machen ich könnte auch ohne weit dass diese dachaufsitz linie anklicken hier kann ich neue punkte setzen man sieht was passiert ich kann raus biegen als ganzes man sieht was passiert ich kann das ganze dach nach vorne ziehen von dachaufsitz linie her ich kann aber auch diese linie sagen ich hätte doch gerne geneigt mit 80 grad von mir aus ok das ist relativ steil dann passiert folgendes ihr seht schon man kann dann relativ gut dachflächen gestalten die immer verbunden sind ich nehme zurück offene giebel ok stellen hat das t nicht den ball weiter oben haben will noch drei meter von mir aus ok diese linie hier ist dann auch wenn ich auch sitz linie klick kann ich genauso hier dieses icon nehmen und hier sagen ich hätte gern 50 grad so kann ich mich spielen mit der gesamten dachform wenn ich das will natürlich auf der anderen seite genauso wenn ich sowas machen will das heißt ich klicke die kante an habe hier das letzte icon in der blättpalette dieses hier kann ich sagen die ganze sache bringt noch vorne so wie ich es eben haben will gut jetzt kommen wir zur materialität des daches ich nehme jetzt mal nicht mehr eine schicht sondern eine mehr schichtigkeit und habe hier eben die vorgefertigten schichten die eben jetzt das dach hat die natürlich erst noch nicht wirklich vollkommen gut funktionieren so ich gehe mal in den schnitt um es zu zeigen momentan würde die dämmung die zwischensparendämmung hier komplett herausgeführt werden und dämmung der fassade würde unten in die dämmung reinlaufen was normalerweise nicht der fall ist bei uns normalerweise sehe ich außen nur diese schichten und die dämmung läuft bis hier rauf außerdem hat man heute nicht nur eine dämmschicht sondern man hat eine dämmschicht zwischen den sparen eine weitere dämmschicht unter den sparen mit einer verteilerlattung dann hat man natürlich unter dieser dämmschicht mit der verteilerlattung dann eine sparschalung wo man die dampfdiffusionsdichte schichte dann in den putz einbindet wenn ich ein ausgebrachtes dachgeschoss mache dann habe ich unter der gips kodammschale c profile damit ich eine installationsebene zusammenbringen und dann habe ich ein bis zwei lagen gipskarton das möchte ich jetzt mal ändern die optionen element attribute mehrschichtige bauteile ich suche mir dach steil dachholzkonstruktion und sage mal duplizieren ich möchte das original nicht kaputt haben und jetzt sage ich hier will ich einfach noch eine schicht haben duplizieren na das war's falsche schicht einfügen hier die dicke des sparrens 22 wird ein bisschen viel sein bei uns in salzburg 18 hier diese unter schicht davon ab welchen u-wert ich dann wirklich erreichen will ich nehme jetzt einmal zwölf zentimeter das ist schon ordentlich dick das heißt hier war der sparen hier war diese verteilerlattung mit der wärmedämmung die natürlich jetzt nicht extra eingezeichnet wird in der schichtigkeit dann habe ich bauholz das wird in etwa stimmen stimmen nur 24 normal aber es ist egal ich hätte hier noch eine schichte dazwischen also schicht einfügen mit sperrschicht wohl wie auch immer mit einer dicke von einem millimeter dass man das drinnen ist man wird es kaum dargestellt finden aber es ist zumindest da ja wenn ich größer macht beginnt dann hier diese auch ganz klein eingezeichnet wenn ich es wirklich darstellen will müsste ich das einfach dick gemacht dass ich sage fünf millimeter dann dann sehe ich es aber dann stimmt halt die gesamt dicke die hier unten angezeigt wird dann nicht mehr ich bleibe mal so dann bauholz irgendeine sparschalung vielleicht sogar etwas auf abstand und dann neu schicht einfügen hier eine schicht mit drei zentimeter normalerweise c profil mit 3 zentimeter so die gipskarton ist natürlich bekleidung das sind alles trennschichten das hier wird dann eigentlich die tragschichte der kern und oben habe ich wieder alles andere und außen natürlich wieder bekleidung und jetzt muss ich noch unterscheiden zwischen dieser dämmung dieser dämmung dem holz und dem holz das soll nämlich unterschiedliche verschneidungszahlen bekommen das heißt ich brauche jetzt neue baumaterialien ich gehe mal raus gehe rein in die baumaterialien optionen elemente und rebutte baustoffe und es ist nie ein fehler wenn ich vorher ein element schon daraufhin geändert habe ich habe es gesehen es ist nach oben gewandert es wird immer von der dachaufsitzlinie nach oben aufgebaut so und jetzt will ich eben dass zum beispiel diese putzschichte größer ist als alle wärmedämmungen aber kleiner als diese holzschichte das heißt ich brauche eine holzschichte die anders funktioniert als diese holzschichte ich gehe mal rein ich nehme beide das und das ich gehe mal rein optionen element attribute baustoffe habe hier meine dachziegel meine dämmung hdbs und jetzt gehe ich mal auf bauholz hier das hier und neu duplizieren nennen wir es und durchdringlich und dann habe ich eine schicht die setze ich wirklich sehr stark an 980 oder so passt die soll dann diese schicht sein muss ich dann später zu ordnen dann habe ich hier diese verbot schichte die soll auch stärker sind 970 also kleiner als diese das heißt der putz wird jetzt dann rauf laufen bis hierhin das einfach durchschneiden das gleiche mit dieser wärmedämmung es gebe ich auch ordentlich auf 960 von hier aus gut und dann brauchen wir noch unterschiedliche wärme dem schichten denn eigentlich das hier soll diese schicht durchdringen das mauerwerk das heißt ich schaue jetzt an der hochlochziegel 730 und die dämmung weich dem weich dach brauche ich noch mal neu dämmung weich dach 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 Okay, und jetzt muss ich sie noch zuordnen. Ich gehe wieder Optionen, Elementattribute, mehrschichtige Bauteile. Ich bin wieder in meiner Schicht drinnen. Diese hier ist jetzt nicht mehr Schicht Bauholz, sondern die undurchdringliche angeblich. Dann diese Dämmung soll die zwischen den Wänden sein. So, jetzt passt die Verschneidung. Der Putz geht herauf, diese Dämmung läuft an, die Dämmung läuft von unten rauf, das ist alles eingedämmt, jetzt noch unabhängig von Fetten und so weiter oder Schließengrenzen und so weiter. Hier habe ich die Installationsschichte, die Schichte des Mauerwerkes geht durch und jetzt geht es nur mehr darum, diesen überflüssigen Bereich wegzuschneiden. Jetzt kommt aber noch eine Zwischenüberlegung, bevor wir das machen. Und zwar, ich habe das Dach jetzt, wenn ich es hier in diesem Geschoss nehme, Störung hat das T, dummerweise im Obergeschoss verankert. Wenn ich jetzt mit dem Dachschulassistent den Dachstuhl reinmache, also Planung, Dachextras, Hofmaker, Dachstuhlassistent, ich lasse man alles, wie es ist und ich sage, okay, dann passiert folgendes, er versucht aus dieser Dachform einen Dachstuhl zu gestalten. Wenn ich mir den jetzt mal nehme, er macht praktisch sowas. Dann sehe ich das aber jetzt in diesem Geschoss, wo das Dach liegt. Das ist nicht gut, ich gehe zurück, ich nehme das Dach, ich mache das im Schnitt, dass es wieder sieht, worum es geht. Das heißt, ich habe das Dach jetzt so in etwa auf eine Höhe von 5,80 Meter und wenn ich das Dach jetzt aus diesem Geschoss, aus diesem, aus diesem Geschoss entferne, ins nächste raufgebe, passiert folgendes, wenn ich es einfach nur raufgebe, das zweite okay, zack, es wandert nach oben, was ich nicht haben will, nochmal zurück. Deshalb muss man es so machen, STRG HST, ich merke mir die Höhe zum Ursprung mit STRG C. Jetzt gebe ich es rauf, die Höhe hat sich geändert, aber mit STRG V kann ich es wieder zurück ändern und nun befindet es sich im Dachgeschoss, also ein Geschoss darüber. Wenn ich ins Rohrgeschoss gehe, sehe ich das Dach als Untersicht, wenn ich ins Dachgeschoss raufgehe, wird das Dach in 1 Meter im Dachgeschoss geschnitten und wenn ich jetzt den Rufmaker anwende, Planung, Dach extras, Rufmaker, Dachstuhlassistent, alles lassen, außer man will es etwas ändern. Ja, es war vielleicht so gescheiter. Auf das komme ich noch. Dann bei Gratsparen, falls ich Gratsparen habe, möchte ich das auch so haben. Okay, dann wird der Dachstuhl sauber reingelegt. Jetzt ist es natürlich noch nicht sehr stimmig, die Sache, weil normalerweise müssten jetzt praktisch diese Teile nicht mehr dargestellt werden bis hier hin, weil da verschwindet natürlich dieser Sparen in der Dachlandschaft. Dachlandschaft, also die Darstellungshinweise, die Darstellungsart ist noch nicht wirklich stimmen. Wenn ich jetzt versuche, das nach vorne zu setzen, Reihenfolge der Darstellung in den Vordergrund, ja, dann stimmt es auch nicht, weil die gehören eigentlich bis hier rein. Also die 2D-Darstellung ist noch nicht ideal, aber ich habe zumindest was, mit dem ich arbeiten kann. Im Obergeschoss wird es mir nicht dargestellt, so wie ich es haben will. Also es ist wirklich wichtig, wo sitzt das Dach, damit dann der Dachschul passt. Und jetzt haben wir ein weiteres Problem. Ich gehe in den Schnitt. Man sieht, der Dachstuhl sitzt nicht richtig. Er gehört weiter rauf. Das Einfachste ist im Schnitt, es ist sehr grobiert, STRG E, irgendwie hier einen Punkt, der knapp darunter liegt, einfach nehmen und das Ding raufsetzen, wo es hingehört. Wenn man einstellen müsste, dann müsste ich die Dicken jetzt noch, natürlich, das ist klar, aber das bleibt mir. Jetzt kann ich natürlich den Dachvorsprung dieser Sparren nachträglich ändern. Also, ich kann jetzt zum Beispiel messen, ich habe hier ein Dachvorsprung von 0,72, das heißt, ich drücke auf R, damit ich in den Abstand reinkomme. STRG C, jetzt habe ich mir das gemerkt, ich markiere das, STRG H, das T. So, Sparren und der Vorsprung, STRG V, okay. Dann müsste es jetzt eigentlich richtig drin sitzen. Es gibt aber noch irgendwelche Probleme. Ja, ich habe das natürlich jetzt nur für den gemacht, der im Schnitt sitzt, STRG 3. Na, das hat es schon bei allen gemacht, passt schon. Trotzdem hat es hier irgendwo ein Problem gegeben. Man musste dann zerlegen und dann weiter bearbeiten. Aber so hat man dann relativ schnell alles dort, wo man es haben will, sagen wir es einmal so. Zum Kontrollieren, wie gesagt, STRG H, das T, immer noch die Möglichkeit, hier die Oberflächen zu überschreiben. Nicht mit Dachziegel in dem Fall, sondern zum Beispiel mit Glas. Na, da Glas. Ich müsste dann die anderen Oberflächen, die Innenoberflächen genauso übernehmen. Jetzt sehe ich hier bloß rein. Jetzt ist die Frage, ob das jetzt hilft. Das weiß ich jetzt gar nicht. Na, durchschauen kann ich nicht mehr. Dann müsste ich es wieder auf Mehrschichtigkeit setzen. Hier kann ich reinschauen, das ist witzig. Aber von oben nicht. Das ist zum Prüfen. Das geht mir jetzt. Ja, ihr seht dann, hier sieht man das immer nicht mehr durch. Also das kann ich lassen, das war ja blöd. Jetzt geht es darum, ich brauche ja außen keine Wärmedämmschichten. Und das kann ich mir wegschneiden, relativ einfach. Und zwar, indem ich einfach im Grundriss das Dach STRG E in sich selber kopiere. Einmal etwas runter stelle, bewegen. Ausrichten, stellen, verändern. Ist ja wurscht. Mache ich mich nicht. Das heißt, wenn jetzt die Linien verschwinden, ist es immer ein Hinweis darauf, dass ich zwei Sachen übereinander gezeichnet habe. Das heißt, ich setze jetzt eines dieser beiden Dächer, egal welches, es ist eine Kopien voneinander, einfach auf die Unterkante des anderen, dorthin, wo ich es haben will. Das heißt, hier gerade rauf, auf diese Kante. Und dann schneide ich die Innenkontur aus diesem Dach hier raus, aus dem etwas tieferen. Ich möchte es erwischen, deswegen mache ich jetzt einen größeren Dach-Vorsprung, dass es weiter raus steht, damit ich es im Grundriss erwische. Im Grundriss, das Größere, will ich jetzt eben mit der Deckenkontur verschneiden. Das heißt, das hier ist Ziel, Planung, Solid-Elemente-Befehle, Ziel, habe ich schon. Die Decke, nein, die Decke mit der Großschrift-Taste, diese hier, ist Operationselement. Will er nicht? Doch, nimmt er. So, ich habe das Ziel, das Dach, ich habe den Operator, diese Decke, die bis ganz raus geht. Jetzt sage ich Abzug, aber mit Verlängerung nach oben, damit das Loch rausgeschnitten wird. Dann sage rausführen. Raus. Im Schnitt. Er hat diese Kante genommen, das ist nicht gut. Doch, es ist gut, es passt schon. Okay, und jetzt kann ich von diesem Dach, dieses Dach einfach abziehen. Das heißt, wieder das hier als Ziel. Optionen, Planung, Solid-Elemente-Befehle. Ziel ist es schon hier. Dann, das hier ist der Operator, Abzug, Ausführen. So, jetzt muss ich nur noch dieses Dach auf eine Ebene legen, die ich nicht mehr sehe. Also, Steuerung L, Ebene. Ich baue mir eine neue Ebene hinten dran. Ich sage Neu. Nenne die Ebene von mir aus weg damit. Ich mache sie zu, dass ich sie nicht sehe. Und lege das Teil auf diese Ebene weg damit. Und schon habe ich nichts. Nichts. Steuerung 3. Steuerung 0. Ja, beim Wahl muss man aufpassen. Natürlich, das habe ich jetzt nicht schön gemacht. Aber zumindest, diese Sache hier stimmt jetzt einmal so weiter. Und im Schnitt, im Schnitt stimmt das auch mit den Verschneidungen. Dann, diese Schicht geht durch, die laufen an. Ja, den Dachstuhl muss ich noch bearbeiten mit der Pfette, wo es richtig hingehört. Vielleicht muss ich noch einen Schnißenkranz einzeichnen, wenn ich den haben will. Der B-Schnitt, wo ist der überhaupt? Ja, der stimmt auch einigermaßen. Ich kann jetzt noch von diesem Dach, natürlich, genauso mit einem SOE-Befehl, Planung, Solid-Elemente-Befehle. Da habe ich wieder das Ziel gewählt schon. Den Dachstuhl, wenn ich den bearbeitet habe, Operation, Abzug. Ausführen. Dann habe ich eine ordentliche Darstellung im Schnitt, wo die Sparen, die Pfetten laufen. Aber wie gesagt, es zahlt sich dann nur aus, wenn man das vorher ordentlich macht. Gut, das war es dann schon wieder einmal. Viel Vergnügen bei der Arbeit.